Wow! 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 Kaiju hatte keine Ahnung, was sein Vater in dem großen Garten nach Hause brachte. Er wurde sehr neugierig. Vielleicht war etwas ganz Tolles nur für ihn da drin. AAAAAA! HAHA! Was ist da drin, Papi? Halt! Stopp! Nein! Hey! Krieg ich denn gar keinen Begrüßungskuss? 1,9! Ist es ein Spielzeug? 1,9! Nein! 1,9! 1,9! 1,9! 1,9! 1,9! 1,9! Irgendwann später. Kaiju war wirklich sehr ernsthaft geil, was da drin war. 1,9! 1,9! 1,9! 1,9! 1,9! 2,9! 1,9! 2,9! 2,9! 1,9! 1,9! 2,9! 1,9! 1,9! 1,9! 2,9! 1,9! 1,9! 2,9! 2,9! 2,9! 3,9! Schuhe mit dieser Maus zu zeichnen. Geh mal, will ich ihm Tomate haben? Ich werde dir diese Zeichnung jetzt ausdrucken, dann kannst du sie anmalen. Und nach wie können wir weiter? Caillou war ein alter Sack. Er wollte schon gern mit dem Gangster spielen, aber er fand, dass es viel blöder war, mit seinen Malstiften zu malen. Nein, Gangster. Nervlich! Computer sagt nein. Caillou wollte noch einen Dicksack ausdrucken lassen, um ihn abzumalen. Er hatte gesehen, wie seine Mami eine Taste gedrückt hat und er dachte sich, mein Penis ist schweig. Scheiße! Caillou, was ist passiert? Ich wollte noch eine Dicksack-Zeichnung haben. Jetzt habe ich den Computer kaputt gemacht, Mami. Nein, du hast ihn nicht kaputt gemacht, sieh doch. Und er fand, dass es fast noch mehr Spaß machte, mit dem Computer Karton zu spielen, als mit dem Penis selbst. Sträumen wir den Katzen-Färer! Wuii! Huiiii! Uetschutuchitsch! Was da da bist? Das war aber eine ordentliche Scheiße Was? Kommt ihr beiden Das Essen ist fertig Gute Nacht, Mami Kann ich morgen mit dir zusammen an dem Scheiß Computer spielen? Aber nein Nein Kajou Ich glaube Gilbert hat Angst vor der Scheiße Mami Das ist ja Ladder Truck Oh no Pretty please Das ist ja Das ist ja Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Come on! Wow! Police car. Bis zum nächsten Mal.